Hast du dir schon überlegt, wieso weitergehen? Mutti, jetzt Vreni meint, ob dir der Laden nicht zu viel wird, jetzt wo der Vater nicht mehr lebt. Warte, du bist dran. Nein, merci. Heute nicht. Es kommt einfach nicht darüber weg. Das wollen wir mit dir machen. Nein, merci. Schlechter Schnitter. Siehst du, der geht nähen direkt durch die Blumenmosterdülle. Mit diesen Blumen da oben drauf und nähen die Ausneiern sind viel zu tief runter. Warte, wenn hier nichts rum ist für mich, dann musst du mir halt etwas nähen. Ich wollte Paris eine kleine Boutique aufmachen. Aber wieso machst du das nicht einfach jetzt noch? Was soll das hier? Die Mutter vom Pfarrer lässt den Dessu auf. Ist mir egal, ich mache weiter. Ja, Lebensfreude. Und für das ist ich mir nie ein Zau. Oh! Danke. 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 Danke.